So, und da sind wir auch schon wieder hier bei Thief. Und jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir hin müssen. Wir sind ja jetzt in so einer... Wir wurden ja in so eine Stadt gebracht. Da ist eine Leiter. Aber da komme ich nicht hin. Oder? Wir können es mal probieren. Wir haben hier von der innen da den... Ah, super, okay. Das mit dem Haken funktioniert also. Gesundheit. Berühre und halte das Touchpad und markiere Nahrung im Inventar. Drücke deine Touchpad-Taste, um sie zu konsumieren und einen Teil deiner Gesundheit herzustellen. Okay. Sehr gut. Der Haken hilft uns natürlich. Ein Uhrenturm. Der Haken hilft uns natürlich, jetzt besser voranzukommen. Was soll man denn beobachten? Hört alle her! Das Verräter-Tor bleibt auf Befehl des Barons. Bis vor... Stopp! Okay. Das Verräter-Tor. So, jetzt hier runter, würde ich sagen. Ich gehe natürlich immer den... Weg hier. Hier ist natürlich echt vorsichtig. Okay, hier kann man bestimmt auch was machen. Sehr gut. Sehr gut. Neue Karte. Aha. Da muss man hin. Begib dich zum Glockenturm. Okay. Okay. Junge, such dir einen Arzt. Okay. Okay. Da geht's hoch und hier oben sind wir relativ sicher. Zahnrad. Und jetzt hier durch das Tor, wie es mir scheint. Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter als es ist. Okay. Schloss knacken. Okay. Schloss knacken. So. Alter, ich würde noch lauter machen. Hälte Viereck. Okay. Windig wie ein Wiesel gehen wir hier durch. Pssst. Hört alle her! Hört alle her! Die Steinhauer Gasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang! Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang hundert hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordseuche. Okay. Durch den Juwelier kann ich die Tore hier umgehen. Dem Bein in Maske stehlen. Da geht's so nüge. Hm. Die Rampen flackern immer noch. Kann die verfluchten Dinger denn niemand reparieren? Finde mal einen Handwerker dessen Finger nicht gebrochen sind. So. Das ist unser Problem. Müssen jetzt... Haben wir denn noch irgendwas? Ne, wir haben nichts. Das läuft doch relativ gut. Aber für mich... Ich bin jetzt kein Mensch der zwangsläufig negativ sieht. Aber es läuft zu gut. Wir müssen irgendwie zum Glockenturm. Glockenturm. Aber hier geht's halt nirgends wo weiter. Okay, das geht nicht. Okay. Vielleicht gibt's noch einen anderen Weg. Kollege, geht's dir gut? Ja, die sind alle von dieser Schwermut betroffen. Denke ich. Ja, wo haben wir wahrscheinlich nicht viel. Da geht's hoch. Aber hier... Na gut, wir versuchen erstmal einen anderen Weg. So. Wir holen das Türchen auf. Könnte uns wahrscheinlich später nochmal helfen. Oh, vram. Vram, vram. Okay, da läuft nicht den ganzen Weg. Okay. Jetzt wollte ich sagen, da ist ne Leiter, aber da ist keine Leiter. Ja, sage mal, Junge. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da war jemand drin. Aha. Was ist der Spin? Meine Augen da. Hä? Was ist der Spin? Ich will auf das Dings. Okay. Nein, wir gehen da nicht runter. Dort. Okay. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Umgebe das, umgehe das, umgehe das als die Edelsteinmaske. Hätte ich so ein Frachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauch den Job. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? Ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim Kleinen... Opfer ablegen. So, wir probieren's. Hm. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Okay. Sehr gut, das... das lief echt gut. Ganz still. Das ist mein Fluchtweg. Aber wenn ich ihn benutze, gibt es kein Zurück mehr. Das Wetter schlägt um. Das ist okay. Puh. Sitze deinen Weg zum Klubenturm fort. Ich werde krank. Das spürt. Diese Schwermut kommt mir im Moment so vor, als hätten die alle... Und das ist ein schwieriges Thema. Einfach so ne... so ne... Massendepression. Ach, okay. Das sind die wohl verkannten... oder angedachten... Ähm... Buch? Schränke, da müsste der ja rein theoretisch... das Spiel jetzt auch gespeichert haben. Hä? Ich muss nochmal rein. Ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen. Jo. Okay, da ist jemand. So, hier ist eine Tür, aber da kommen wir nicht durch. Hm. Wir könnten das jetzt natürlich probieren. Mal schauen. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Diese Straßen haben schon so viel Mist erledigt. Das sind also zwei Stück. Du vergisst den Krieg. Die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist, kriegst du deinen verdammten Krieg. Was ist das denn für ein Auflauf? Ich muss leise sein. Okay. Ich frage mich, ob der Baron die Ausrüstung hat, wer verhindern kann. Es heißt, hier bist du dein Glück, der ein Kleid. So sieht es also... Jetzt ist natürlich... Jetzt muss man warten, bis der... Bis der eine wieder zurückkommt. Und dann... Herausspringen würde ich jetzt nicht unbedingt. Aber... Auf jeden Fall... Abwarten. Und... Tee trinken. Dass du so wirst, ich kann halt mich nicht großartig bewegen. Wir sind jetzt noch 11 Meter oder so. Davon entfernen. Ich drücke auf, verlassen. Ohne Scheiß? Ja, Mann! Oh, bitte Herr! Bitte Herr! Dann hat er sich angeschissen! Okay. Müsst ihr hier so einen Lärm machen? Da kann ja kein Mensch schlafen! Oh, tut mir leid, Ma'am! Befehl des Hauptmanns! Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt! Die mit dem Gesicht das hässlicher ist als die Nacht finster! Seht zu, dass sie lächelt! Verdammte Flegel! Die Schwerhut soll euch holen! Damit hätte sie allen einen gefallen! Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob! Tee! Das ist schwierig halt, ne? Man weiß immer nicht, wie viele Leute da... Äh... Okay. Sieht gut aus. Okay. Hier ist eine Barrikade, da geht's also nicht lang. Aber da geht's hoch. So. Okay, da sind die zwei. Die umgehen wir einfach. Hoffe ich. Du kommst doch aus Eastport, oder? Ich glaub, die Schwermut dort auch schon. Ja. Die Ablasskanäle waren voller Leichen. Ein grausiger Anblick. Wie ein riesiger Eintopf. Oh, das haben wir sehr gut gemacht. Hä? Abgeschlossen. Jawoll! Phantom, du hast versucht weder Spuren zu hinterlassen, noch Alarme zu verursachen. Wir sind also mehr Phantom als Opportunist und Jäger. Gefundene Sammlerstücke. Gefundene Sammlerstücke. 1 von 4. Gefundene Beute. 3 von... Ich denke, es ist einfach auch... Ähm... Wir müssen uns natürlich erstmal reinfinden. Da... Das ist halt einfach so, ne? Aber ich hoffe und denke, dass wir von Mal zu Mal ein bisschen besser werden. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr riskieren. Ähm... Und von daher... Finde ich das jetzt noch nicht so dramatisch. Oh! Was haben wir denn da? Eine Kiste? Ah! Ein Lager! Sehr gut! Also sowas gibt es auch, aber ich glaube, die sind nicht so... Unikate. 1 von allen. Das funkelnde Federkleid. Und Kundenbeute ist die Maske. Die Maske an sich ist tatsächlich hübsch gestaltet. Das ist also praktisch unser... Ähm... Unsere Base. Ich sag jetzt einfach mal unsere Base. Was haben wir hier? Neues Dokument. Halskette. Stern von Allday. 27.05. 841 nach... Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach NR. Nach irgendwas. Die berühmte Halskette Stern von Allday liegt seit... dieser Woche im Tresorraum der District Bank von Stone Market. Und zwar so lange, bis die Angelegenheiten ihren von Pech verfolgten Besitzerin abgewickelt sind. Wie bereits im letzten Monat berichtet, verstarb Lady Abigail Harndale bei einem gewaltigen Feuer, das ihr Familienanwesen vernichtete. Der wertvolle Stern von Allday überstand das Entferno wie durch ein Wunder. Ermittlungen ergaben, dass der Brand ein Unfall war, wodurch nun ihr Besitz an die überlebenden Familienmitglieder gehen kann. Die Bank gab heute beerkannt, dass sie im Auftrag der verpflichtenden Lady Harndale mit Nachforschungen zum Auffinden etwaiger Verwandter beginnen werde. Okay. Hmm. Klingt interessant. Können wir denn irgendwas herstellen, was uns das alles ein bisschen... ähm... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, das ist der Ausgang anscheinend. Oder doch nicht? Jennifer. Hä? Jennifer? Wer ist das denn? Warum hat der mit dem Biedmanns gesprochen? Ah, okay. Ich glaube, das steht drauf, wo zur Hölle bist du. Triff Basso im verkrüppelten Börek. Börek, in die Stadt Stormarket. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Erstmal nein, weil ich würde gerne wissen... Wie war denn das nochmal? Achso, nach oben. Haben wir jetzt hier... Haben wir nicht Dokumente? Prologue, Kapitelrückblicke. Okay, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir dann hier zum Market. Und... Oder wie der Stadtteil hier hieß. Stone Market, genau. Und ansonsten... Schauen wir mal. Wer ist Basso und wer ist Genevere? Oder wie er gesagt hat. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Sehr gut. Dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.